Guten Abend miteinander. Wir hoffen natürlich, Sie hatten alle auch so schöne Ferien wie wir. Speziell danken möchten wir den Zuschauern, die uns sogar Feriengrüsse geschickt haben. Merci vielmals. Ich würde sagen, zuerst noch einen Kaffee. Apropos Kaffee, jeder vierte Konsument kauft seinen löslichen Kaffee bei GOP. Speziell günstig ist der Moca Gold im Nachfüllbeutel. Er ist praktisch klein und bietet ungeöffnet den vollen Aromaschutz. Einmal aufgemacht, füllen Sie den Moca Gold einfach um in das dekorative Moca Gold Glas. Gerade jetzt läuft wieder eine GOP-Grossaktion mit sechs verschiedenen löslichen Kaffee zu unschlagbaren Preisen. Ein besonders aktuelles Frischgemüse sind immer noch die Tomaten. Diese gibt es bei GOP frisch und wie immer zu günstigen Tagespreisen. Wie wäre es mit einem herzhaften Tomatensalat? Tomaten haben ja wenig Kalorien und viel Nährstoff und Vitamin C. Und wissen Sie, wie der Tomatensalat ganz besonders gut wird? Ganz einfach mit ein wenig fein geschnittenem Basilikum dazu. Und natürlich gehört auch ein naturreiner Essig noch dazu. Der Picanta von GOP und das GOP Sonnenblumenöl Sonina. Der Picanta-Essig hat sein feines Aroma, weil er auf natürliche Art ausgereift ist. Picanta-Essig gibt es in fünf verschiedenen Sorten. Nämlich vom Kräuterweinessig bis zum Picanta-Zitronen-Essig. Ich habe dann noch eine erfreuliche Meldung für alle Einwohner aus der Gegend von Trimbach bei Olten. Morgen am 9 Uhr geht das neue GOP-Center auf. Natürlich mit einer schönen Blumenabteilung, viel frischen Früchten und Gemüse und einer grossen Metzgerei. Und kürzlich ist der originelle Coopladen in Bubendorf im Baselbiet aufgegangen. Auch dort kommen Sie ohne lange Einkaufswege alles über, was man täglich braucht. Sie sehen, die Coop baut eben nicht nur Läder in den grösseren Städten, sondern sorgt auch auf dem Land für moderne Einkaufsmöglichkeiten. Aber jetzt passen Sie noch gut auf für die Coop-Aktionen, die gerade noch kommen. Es lohnt sich. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop und mit Früchten statt 1,15 nur 90. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop den Frischbackzopf an 400 Gramm statt 1,90 nur 1.60 Franken. Und ein Liter Apfelsaft sage und schreibe 85 Gramm. Und der aktuelle Preisschlager, drei Pack Melita Filterpapier nur 1,60. Diese Angebote gibt es ab morgen in allen 1'400 Coop-Läden. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.